Doch, du triffst stehen nicht! Danny, du bleibst jetzt stehen hier! Hilfe, ich hab die Polizei gerufen! Ich hab doch schon mal hier. So, steh bleiben jetzt. Du nimmst jetzt die Pfoten hoch. Und dann gehst du zu dem Auto hin. Los. Ab mit dir. Hallo. Ganz ruhig. Du wolltest mich grad umbringen, du elendiger. Ja. Aber ich hatte Gnade. Du hast mir leid getan. Und das gleiche, das gleiche. Du hast doch bestimmt noch keine Munition mehr. Jetzt erzähl mir doch nichts hier. Ich hab noch ne Menge Munition gehabt. Aber ich habe die Vernunft sprechen lassen. Und das auf diplomatischen Wege lösen wollen. Welche Vernunft denn? Du hast auf meinen Granger geschossen, du. Und ihr habt mein Auto genauso demoliert. Das habt ihr mir noch vorher gesagt. Das war ein Down-Upgrade. Ein Down-Upgrade, hm? Ich hab dein Auto überhaupt nicht beschossen. Ich hab dich halt das erste Mal gesehen. Ja, aber dann tut es mir wahnsinnig leid. Mitgehangen, mitgefangen, so nennt man das ja, oder? Das war nicht sein Auto. Das tut mir ja leid. Beim nächsten Mal versuche ich, das Richtige zu erwischen. Ja, meine Axt kann auch mitgehangen, mitgefangen sein, oder? Sie würden auch einfach fragen können. Leute, ich war grad am Telefon. Die Leute wissen ganz genau, wo ich bin. Lasst uns doch bitte einfach jetzt... Ja, dann lasst uns doch wegfahren, oder? Naja, aber... Dann gehen wir jetzt zum Auto. Aber die werden doch wissen, wo ich hinkomme. Ich hab denen doch gerade durchgegeben, dass... Das macht jetzt keinen Sinn. Wer denn? Wer denn? Erzähl mir sie. Ich weiß doch gar nicht mehr. Erzähl mir ja nichts. Bitte. 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 Wer ist sie denn? Ach, jetzt möchtest du mich jetzt wissen, oder was? Jetzt bist du hier... Jetzt bist du hier... Jetzt bist du hier... Hör auf so rein! Ich kreie es nicht! Jetzt bist du hier... 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 Ach, du Scheiße, was ist das denn jetzt? Ich habe es übernehmen gelernt. Ich... Schnell, ja... Ich komme mit ihm. Soll ich den Arzt rufen, oder so? Ja, aber... Ja, ich bin hier... Ich bin hier jetzt für sicher. Ja, ich hab keine Arbeit mit dem Sprüchen. So, jetzt fängt er an zu weinen. Jetzt komm hier hin. Setz dich hier hin, beruhig dich. Wir wollen doch irgendwie... Das ist doch alles gut. Du willst einen Schokoriegel, ich hab leider keinen, aber ich kann dir trotzdem einen anbieten. Geht schon. Hier, nimm einen Cheeseburger. Möchtest du einen Cheeseburger haben? Ja. Dann greif zu hier. Gib her. Geht's jetzt zu greifen? Danke. Danke, bitte. Bitte. Wo bleibt der denn jetzt? Jetzt beruhige dich mal, es ist so ein Lärm hier, bitte. Die Leute versuchen zu schlafen. Also wirklich. Was ist denn los mit dir? Wer lebt denn hier? Höchstens Hyänen. Ja, weiß ich doch nicht. Das kann man doch nicht Zivilisation nennen. Da ist ein Schuppen, da könnte jemand wohnen, da ist ein Haus. Hier ist noch irgendwas. Ey, einfach... Weiß ich doch nicht. Ja, nimm erst mal runter. Ach, Gott sei Dank. Wie gesagt, das war gerade... Ja, jetzt möchtest du reden, oder was? Gerade eben wolltest du noch auf mich schießen. Ich hab mich hingekniet mit Arm nach oben. Ja, ja, warte, bleib einfach so. Komm hier hin, warte. Du hast gesagt, du schießt mir auf den fünften Wirbel. Auf den fünften. Ja. Der fünfte, ja. Also bitte. So. So, mein Freunde, freigst du mir. Ja, tu mir leid, wie gesagt, ich hab schon... Nee, Fresse halten jetzt. Okay. Genau, halt die Fresse. So, mein Freund. Bist du ernst, ehrlich, bin jetzt hier die ganze Hit-and-Tails-Night, ja? Hast du jetzt die Kohle, oder hast du die nicht? Ich... Ich hab die Kohle. So, hast du sie dabei? Die hab ich nicht dabei. So, erster Fehler. So. Der zweite Fehler war, dass du neuer Milker angegriffen hast. Es ist scheißegal, ob du irgendein LVB-Agent bist, oder was auch immer für ein Scheißer. Ich hab jetzt tausendmal mit dir telefoniert, und hin und her. Langsam mal, das ist auch langsam mal ein Ende, wie du sagtest, ne? Dass wir dich in Ruhe lassen sollen. Ich muss ganz kurz... Nein, nix kurz. Es ist wirklich... Ihr werdet, ist nix wichtig. Nein, nein, bleib jetzt hier. Du bleibst jetzt hier. Ich bleib hier. Ihr seid nur um... Ich... Die Leute, vertraut mir. Bitte. Was? Nicht schießen. Ey, was? Ja, dann fahren wir jetzt ins Dorf, und dann gibt es Obertriebe. Wir sind umstellt. Das sind... Wir haben gerade fünf Scharfschützen verteilt. Sicher? Ja, wirklich. Nicht... Wir reden noch. Wir verhandeln. Du Scharfschütze. Die wissen ganz genau, wo ich bin, weil ich gerade mit denen am Telefon war. Ich habe denen alles durchgegeben. Ich bin noch nicht dumm, Jungs. Es ist mir gerade nur ein wichtiges Anliegen, dass ihr jetzt hier wirklich... Wißt du, was mir gerade auffällt? Ich bin nicht so sicher. Nee, nee, ich unterbreche dich mal ganz schnell jetzt beim Sprechen. Wie schnell du von diesem Psycho... Psycho-Gehabe runterspringen kannst von ich bin unschuldig und habe nichts getan, ja? Ja, du wolltest... Du hast gesagt, komm draußen und ich... Nehmen wir doch alles mal zurück hier mit dem Dorf abbrennen und so weiter. Bitte nicht. Okay, einer. Aber nur einer. Nicht alle drei. Was? Bist du einer? Es tut mir leid, Jungs. Ich kann mit ihr nicht... Ich bin auch nur den Leuten unterstellt. Ich habe mit ihrer Agent... Äh, Agent E. Hieß die Cortez gesprochen schon. Dann wirst du ja wahrscheinlich wissen, was hier gerade abgeht. Links oder rechts? Sie hat zu mir gesagt, dass sie mit dir sprechen würde. Links oder rechts soll ich euch fragen. Ja, in der Mitte wäre schön. Das sind die Eier. Wir sprechen hier von den Beinen. Willst du wirklich die Mitte? Ja, deine. Gib mir noch eine Minute. Ich bitte euch inständig. Es muss keiner verletzt werden. Das hier alles wurde noch auf einer Ebene ausgetragen. Wo wir uns nicht körperlich schädtisch geführt haben. Aber ich kann nicht mehr. Bitte. Zeig mich nicht dazu, euch abzuknallen. Besser, wir benutzen ihn einfach als Schlitzschild. Stimmt, wir können dich auch einfach als Fleischschild benutzen, wenn wir befreuen. Ja, als wirklich. Wenn du es jetzt darauf anlegen, wird es ein bisschen weniger kostenlos. Dann knallen die dich halt auch ab. Aber das ist doch jetzt nicht so schlimm. Und soll ich denen irgendwas weitergeben? Ja. Dass sie deine Leiche gleich unten am Fluss kriegen können. Wenn ich das durchgebe, seid ihr tot. Willst du das? Dann wiederhol es. Gut. Ich möchte nur sprechen. Sag doch einfach eine gekriegene Fresse, auf die Fresse kriegst du jetzt. Was heißt denn? Dass du jetzt auf die Fresse kriegst. Sag das. Sag das durch jetzt. Sag das durch. Doch. Ja. Gib das durch jetzt. Dass du jetzt auf die Fresse kriegst. Und dann sind wir wieder weg. Ich krieg jetzt auf die Fresse. Oh Gott. Kalle, darf ich da rein mal? Darf ich da rein mal? Oh Gott, ich kann... Kalle. Oh Gott, ich kann... Willst du dich nicht wehren, oder was ist? Willst du dich nicht wehren? Nicht so übel. Oh, Entschuldigung. Du hast sie. Nein, Manni. Räser, hier stand dort. Oh, was ist sie? Es... Es legt mich ja nicht hin. Wenn ich sterbe, dann zähle ich euch in den Tod. Ach, du Scheiße. Was ist denn los mit dem? Ja, ich habe einfach mal die Folge gehabt, dich abzustechen, ja? Aber du bist eigentlich ein kleiner Loser, der nur rumweint. Ja? Bist du bescheuert? Woher wusstest du denn, dass er ein Blöffi ist? Sag dir nur eins. Merk dir eins. Aber wenn wir hier Treffgang wären... Ja, ist mir scheißegal. Nein, ist mir nicht scheißegal. Aber ich habe mit der EXN Cortez schon gesprochen. Ich habe mit dir gesprochen. Ach, stimmt. Ich habe mit dir gesprochen, dass ich nur das Auto haben will. Ja. Darf ich ans Telefon gehen? Oh, ein Verpissungsans. Wo sind Sie? Um im Norden. Ich wurde gerade zusammengeschlagen. Wo im Norden? Neuamerika war ich hier. Und da, wo die Tanke ist, Palito. Eine Tanke in Palito. An dem Rastplatz. Ja, richtig. Willkommen hin, ja? Danke. Laser befindet sich an der Raststätte im Norden Richtung Palito. An der Tankstelle um 24-7. Kann mich irgendjemand abholen? Mein PD? Wir sammeln ihn schon ein. Ja, check. Ja, check. Er fragte noch zur Info, er sagte, wir sind zusammengeschlagen worden. Es könnte sein, dass da mehrere Personen vor Ort sind. Jetzt verplätze sind erfreien. Ja, check. Ich werde niemals wieder einen OBS-Update machen. Denn mein Elgato-Stream, der geht gerade nicht mehr. So wie die ganze Zeit. Irgendwie, wenn ich immer wieder einen Song abspiele oder sowas, senkt das Ding. Ich weiß nicht, warum. Kannst du auch Dispatch senden? Ja. Aber dann müsste ich ja irgendwas machen am Körper. Ich bin nicht Fan davon, heimlich Dinge zu tun. Ne? Also so offensichtliche. Wisst ihr, was ich meine? Weil ist ja, ist ja, also muss man ja irgendwie sehen. Ist ja nicht so, dass ich in meinem Kopf irgendwas aktiviere im RP. Wisst ihr? Ah, an welcher Tankstelle steht ihr nochmal genau? Südlich von Paleto auf dem Ost-Highway. An dem Rastplatz. Ich kann sie sehen. Fahrt sie einfach weiter. Nein, dreht sie um. Jetzt reißen sie sich zusammen und steigen sie ein, Laser. Jetzt. Hey, Laser. Ist das okay? Also, wenn sie Leute mit einer Waffe bedrohen können, können sie auch irgendwelche Schläge ab aufstehen jetzt. Ab ins Auto. Sollte der Agent nicht bei Ihnen sein? Wilson? Ja. Wir kommen zum Terror mit Laser. Ja, check. Achso, die Kollegen stehen jetzt südlich, ne? Welche Kollegen? Wilson, oder? Nee, Wilson ist im Tower. Nein, ne, passt. Dann fahren wir zum Tower. FWB. Laser, kurzer Hinweis. Das ist nördlich von Paleto Bay hier. Wie bitte? Ich habe jetzt gerade den Mr. Laser gefunden. Darum muss ich mich jetzt erst mal kümmern. Nein, gerade nicht, nein. Ja, das meinte ich eben auch eigentlich schon. Wir können abziehen, ich kümmere mich auch um den Wirken. Agent, wir sind nicht in der Lage. Agent, wir sind nicht in der Lage. Sonderermittler, Agent. Sonderermittler, Laser, nicht Agent. Check. Nein, Sie haben damit gar nichts zu tun. Dann geben Sie ihm keine Infos. Er ist kein Agent, sondern Sonderermittler. Und wenn Sie Fragen haben, dann rufen Sie einfach auf der FRB-Leadstelle an. Sie wissen alle Bescheid. Ich antworte mal, Frau der Lechter, ja. Gut, herzlichen Dank. Wir haben aber noch einen Platz dabei. Ich frag Sie jetzt nicht, was passiert ist. Was tankt die Fahrzeuge eigentlich? Die tanken wieder Benzin, ne? Wahrscheinlich. Laser. Sie sind ein beschissener Schauspieler, hören Sie auf zu heulen. Frage, die anderen Coverfahrzeugen, die sind ein Benzin, oder? Ich habe in die Fresse bekommen. Ich habe in die Fresse bekommen. Die Leute sind drin, wissen Sie, wie grob die dort oben im Norden sind? Ja, warum haben sie zuerst mit der Waffe auf diese Leute gezählt? Diese Leute haben mich erfolgt. Aber das haben die denen wahrscheinlich nicht erzielt. Bleiben Sie jetzt ruhig. Beruhigen Sie sich, wir machen das einfach gleich in Taube. Aber zuerst mal geben Sie mir die Waffe, die Sie haben. Was? Die Waffe, her damit. Was war das? Ich kann Sie nicht verstehen, wenn Sie heulen. Ich habe gesagt, bitte sehr. Danke. Dein Film herzene Gefallen. Frau Darüchter, soll ich Sie mit Laser zuerst rauslassen und den Kollegen dann abholen? Oder erst den Kollegen abholen? Den Kollegen kurz ab. Okay. Mr. Laser. Ich muss auflegen und sagen, Frau Laser, auflegen. Laser, auflegen. Bitte eben Sie das Handyverbot auf, Frau Laser, direkt vorig. Bisschen Regen. Das Werder beschreibt ziemlich gut, mein Gemütszug. Hören Sie auf damit. Herr Kollege, wir sind ab. Da steht er unter der Brücke. Dankeschön. Guten Abend. Ja, hallo. Guten Abend. Wo geht es Ihren Beinen? Ja, den Umständen entsprechend. Ich habe das heute stark belastet am Flughafen. Das ist zwar nicht so gut. Wie geht es Ihnen, Mr. Laser? Besser als Ihnen, aber trotzdem nicht gut. Ja, gute Besserung. Gleichfalls. Gleichfalls. Was denn passiert? Nee, noch nicht jetzt. Ah, Sie haben noch nicht durchgesprochen. Okay. Danke. Danke. Ich muss ihn mal kurz mitlesen. Jetzt nur stellen Sie sich da hin und bewegen Sie sich mal bitte nicht. Ich bin gleich wieder bei Ihnen. Hey. Sind Sie ein bisschen runtergekommen? Alles gut. Also nichts ist gut? Gar nichts? Ja gut. Sprechen Sie mit Frau Direktwiner, wird sich schon eine Lösung für alles finden lassen. Ich gebe Ihnen erst mal Wasser hier. Bestimmen wir es vertragen. Hey, geht. Prost. Ist gut, Windsticker, wir kommen zurecht. Ja, ja, ich schwöre. Er lag jetzt nur hinter mir am Computer, deswegen. Gehen Sie auf. Kommen Sie mit. Ich glaube, Laser wird gefeuert. Wobei ich nicht weiß. Oh, weiß ich nicht. Wenn man länger durchgehalten hat, hat es gedacht. Wobei wir auch nicht so viel Schabernack mit unserer Marke getrieben haben. Ich fange mal mit der wichtigsten Frage an. Warum haben Sie Menschen mit einer Waffe bedroht? Weil ich mich gewehrt habe. Sie sind mir hinterher gefahren. Haben Sie mir wirklich alles gegeben oder muss ich Sie jetzt nochmal durchsuchen? Ich habe noch einen Taser. Die Schusswaffe nicht mehr. Moment. Ich muss sie dir nochmal geben. Ging im Auto nicht. Geht doch. Die Leute haben mich unten in der Stadt verfolgt. Da waren es sogar Polizisten dabei, die sich anhalten müssen. Und daraufhin, als sie mich wieder erwischt haben, haben sie das gleiche nochmal gemacht. Das ist die immer wieder nicht endende Leier von wegen, ich hätte deren Wohnwagen und irgendwas anderes angezündet. Die lassen mich nicht in Ruhe. Ich habe das sogar schon einmal zu erwähnen. Wie bitte? Stimmt es? Nein! Das mit dem Wohnwagen wurde denen erzählt, als mein Auto parallel zu ihrem neben den Wohnwagen halt irgendwie angezündet wurde. Meins ist ja auch in die Luft gegangen, aber das wollen die ja nicht hören. Und dann haben die mich heute wieder verfolgt und wollten mich zusammenschlagen. Dann haben sie mich mit einem Messer bedroht und zusammen abstechen wollen. Da bin ich gerade so entkommen. Und dann hatten sie mich wieder in der Mangel und dann wollte ich das klären. Ich habe extra keinen von denen angeschossen. Ich wollte nur, dass die mich in Ruhe lassen. Römen Sie die Würfel. Wie bitte? Woher Sie die Würfel haben? Sie war in einem... Ich weiß, es klingt dumm, aber Kinderüberraschungsei. Laser. Ich sage es Ihnen, wenn Sie mir nicht gleich die Würfel sein, klatsche ich Ihnen ein. Gut. Es war eine Person, die mir die Waffe gegeben hat, weil sie glaubte, dass ich sie gebrauchen könnte, weil ich viele Feinde hier in der Stadt habe. Und ich schwöre bei Gott. Ich weiß es nicht. Ich habe den Namen vergessen. Ja, natürlich, ich wissen Sie es mal wieder nicht. Sagen Sie, wollen Sie mich verarschen? Wer heißt... Der heißt... Mr. Incognito. Er hat mir die Waffe gegeben. Der Incognito. Richtig. Scheiße. Sagen Sie, haben Sie vergessen, wofür Sie arbeiten? Das habe ich. Aber bevor ich die andere Leute beschützen kann, habe ich mich schützen müssen. Ich habe das schon mal angesprochen. Diese Neu-Amerika-Leute lassen mich nicht in Ruhe. Sie rufen mich an. Sie tyrannisieren mich. Sie schreiben mich an. Sie wollen mich einpacken, zusammenschlagen, abstechen. Alles... Irgendwann kann ich das nicht mehr. Und wohin fliehen Sie bitte, wenn Sie verfolgt werden? Ich wollte Ihnen nur zeigen, dass ich das auch hinbekomme. Wohin fliehen Sie, wenn Sie verfolgt werden? Hierher? Richtig. Was tun Sie, wenn Sie verfolgt oder bedroht werden? Sie zur Hilfe rufen? Ja. Denn was haben Sie dafür? Einen Notfallknopf? Ja, und ein Funkgerät. Haben Sie ja eben gerade auch noch hingekriegt. Bringt nur nix, wenn wir keinen Standort haben. Die haben mir diktiert, was ich sagen soll. Ich... Wir müssen den Leuten bezeigen, dass sie nicht so mit anderen... Die wissen auch, dass ich beim FIB bin. Woher? Ist ja auch egal. Weil Sie damit durch die halbe Stadt rennen. Gar nicht. Ich erzähl's keinem. Ich schwöre, ich bin richtig... Ich sag das nur den Polizisten. Nur einigen. Ja, sehen Sie, das reicht schon aus. Das sind zwei. Drei. Fünf, sechs, sieben. Ich kann auch zehn, danke. Komischerweise wussten die Officer, die da gerade vor Ort waren, das auch. Dann waren das vielleicht die, die das durchgegeben haben. Und denen ich sie gerade abwimmeln musste. Weil die sie sonst festgenommen hätten. Jetzt hab ich wieder ihren Scheiß am Hacken. Besonders ihre Gottverdammte Dreckskarre, wo Einschusslöcher drin sind. Diese Schweine! Willen Sie was sie mit meinem Eigentum anrichten? Nee, ich glaub, das waren sie selber. Nein! Mein stehengebliebenes Auto da oben, das ist der, der, ähm, Sultan. Die haben mir gesagt, dass sie dem einen Downgrade verpasst haben. Diese kranken Motherfucker! Ich musste denen zeigen, dass mit mir nicht so rum umzugehen ist. Wissen Sie, man ist nur so lange... Indem sie schießen, dann holen sie ihre coolen Freunde mit den Anzügen. Das macht weitaus mehr Eindruck. Die hätten doch eh keine Zeit für mich gehabt. Immer wieder sagen sie, dass sie irgendwas zu tun haben. Soll ich ihnen sagen, was gerade passiert ist? Als sie gefunkt haben, sind gerade alle möglichen Agents da hochgefahren. Inklusive mir, obwohl ich gerade sowas von den Hintern voll zu tun hab. Sie können sich das nicht vorstellen. Und ihretwegen fahr ich da gerade hin und verschwinde wieder meine Zeit. Du müsstest dich keine Sorgen machen. Wenn sie Hilfe brauchen, kommt jemand. Gut, ich wusste, ich wollte sie auch nicht... Ich wollte einfach nur versuchen, ich wollte ihnen zeigen, dass ich das alleine hinkriege. Ich wollte, dass sie stolz auf mich sind. Das sollen sie nicht zeigen, denn sie kriegen es nicht alleine hin. Doch, bitte! Seien sie stolz auf mich! Bin ich ihre Mami? Ich bin auch nicht ihr Papi, falls sie das fragen. Willst du, das wäre jetzt komisch? Und meine Mami? Auch nicht. Oh Mann. Vielleicht dachte ich einfach nur, dass ich hier Zugehörigkeit gefunden habe und deswegen halt meinen Beitrag leisten wollte. Jemanden einfach mal sagen oder zeigen, dass es kein Fehler war, dass man sich mit mir abgibt. Schauen Sie mal wie ich schmolle. Ich bin ein kleiner Schmoll-Schmoll-Grad. Ein Schmolli-Schmoll-Schmoll-Lukowski-Schmoll. Wissen Sie, was? Ich habe genug. Kommen Sie mit. Beide. Oh Gott. Bitte nicht in den Fluss, in den Kanal. Ich halte die Fresse, versprochen. Ich sage nie wieder was. Oh, oh, Director! Okay. Lobby oder Garage? Garage. Wissen, das sieht echt nicht gut aus. Nee, aber ich habe mehrfach versucht, sie rauszuholen. Handy, hey. Oh nein. Was kaputte? Nein, das ist Hölle. Was ist in Ihrer Tasche, Laser? Dosen, Feuerzeug, eine Maskierung, Haarreifen und Überwachung. Vielleicht dahin, wo wir gestern waren, da, Rekta. Ach, ich habe einen besseren Ort. Bitte. Ich... Ich weiß nicht, was Sie mit mir vorhaben. Aber ich wollte auch nur so viel erleben. Keine Sorge, Sie müssen nicht schwimmen gehen. Das wird die Klippe. Ich habe mir vorhin erst zum ersten Mal Kondome gekauft. Ich wollte auch mindestens noch einmal in meinem Leben ficken. Laser, denken Sie wirklich, ich will Sie umbringen? Ich meine, Sie gehören zu den höchsten Instanzen dieser Stadt. Wenn Sie, äh... Also, wer... Wenn ich jemanden umbringe, mache ich nicht selber. Keine Sorge, ich mache mir die Hände und gern schmutzig. Laser. Ja. Sehe ich aus, als hätte ich Zeit. Nein, man sieht Ihren Stress an. Sehe ich aus, als hätte ich Lust darauf, den Dreck hinter Ihnen wegzumachen. Nein. Können Sie sich vorstellen, dass das gerade eben passiert ist? Haben Sie sich umgebracht? Nein. Können Sie sich vorstellen, was für Straftatbestände auf Sie zukommen würden? Hätte ich das jetzt gerade so laufen lassen. Das wäre Notwehr gewesen, da bin ich mir ganz sicher. Ja, natürlich. Weil wir das überhaupt nicht an Weg gefunden hätten. Lilly, sie hat ihre Prüfung abgelehnt. Bedrohung, Abfallung, eine Waffel, solche Geschichten. Darauf stehen Strafen, ich sag mal so im Bereich 5.000 bis 6.000 Dollar. Können Sie sich das leisten? Ja. Ja, super. Wenn wir Ihr Konto minus ist, wenn ich ihn wieder in Hotels mehr besorgen darf, hm? Oh Gott, was ist das? Windräder. Die verschachteln unsere Landschaft, unsere Ausblicke. Herten Sie den Mund. Ausstecken. Razer? Ja. Wenn Sie das nächste Mal meine Zeit verschwinden, werde ich Sie verschwinden. Und ab jetzt dürfen Sie nach Hause laufen. Ich klicke in Ihr Handy auf der Strecke irgendwo hin. Was? Wie, was? Dann lassen Sie wenigstens Agent Whiskers mit mir rumhumpeln. Nein. Der hat auch Scheiße gebaut bestimmt irgendwo. Nein. Guten Abend. Werden Sie sich. Whiskers, aus Solidarität bleiben Sie bei mir. Wir können jetzt in den, in den FRB-Beamtenstreik gehen. Sie müssen einfach nur Mut beweisen. Werden Sie sich, wenn Sie sich wieder beruhigt haben. Sie müssen ein bis zu einem Schleunscher hat. Ich bin ja schon. 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 Vielen Dank.